Liebe Mitbürgerinnen, lieben Mitbürger, ein Krankenhaus gehört zu Aachen wie das Münster zu Straßburg. 1856 gab es in Aachen das erste Krankenhaus mit dem damaligen Spital aus heutiger Sicht in wirklich einfachen Verhältnissen. 1913 war das jetzige Krankenhaus zur Einweihung fertig. Zur Einweihung kam Hilda von Baden mit großem Gefolge und es war eine große Feier dem Anlass angemessen. Heute, im Jahr 2021, sind die Weichen gestellt für den Bau des dritten Krankenhauses hier in Aachen. Eine Mammutaufgabe steht vor uns, aber bereits viele politische Wegweisungen wurden in den letzten Jahren mit viel Engagement erreicht. In den letzten Wochen haben wir einen großen Meilenstein erreicht, in dem die Finanzierung für den Krankenhausneubau in Aachen gesichert worden ist. Parallel führen wir aktuell Gespräche darüber, wie über die Nordtangente der Krankenhausneubau, aber auch Saasbach und Teile Acherns bisher als bisher erschlossen werden können, direkt von der Autobahn und direkt auch von der B3 neu. Und ganz aktuell haben wir jetzt den Architektenwettbewerb durchgeführt. 39 Büros haben sich beworben, 15 besten haben wir ausgewählt. Und hier vor uns sehen Sie den Siegerentwurf, auf dessen Grundlage jetzt das Krankenhaus in Aachen geplant und gebaut werden soll. Auf dieser Grundlage soll das neue Krankenhaus gebaut werden, mit Blick von der Berliner Straße, hier die Mensa des Gymnasiums. In diesem Bereich ist ein Personalwohnheim geplant, hier das zentrale Gebäudeteil für das Krankenhaus, direkt angebunden ein Ärztehaus und hier bereits eine Erweiterungsmöglichkeit, die wir bereits vorgesehen haben. Vom Parkplatz oder auch einem Parkhaus gibt es eine Allee, die zum Krankenhaus führt und einen direkten Zugang dann zum Ärztehaus. Wir haben eine wunderbare Außenanlage gestaltet, werden einen kleinen See schaffen und damit insgesamt auch hier eine hohe Aufenthaltsqualität für Patienten, für Besucher und für die Bevölkerung herstellen. Und die Erschließung erfolgt hier von der Nordtangente direkt zur Regierungsanlage. In den nächsten Jahren bis 2024 werden wir noch einige Hausaufgaben zu erledigen haben. Wir müssen Bauleitplanungen machen, wir müssen Straßenplanungen vorantreiben. Aber wir hoffen dann im Jahr 2024 den Startschutz geben zu können mit dem Spatenstich für den Neubau des Jahrhundertprojektes Krankenhaus Neubau in Aachen, das dritte Krankenhaus in der Geschichte unserer Stadt. Ich freue mich riesig darauf und hoffe sehr, dass zum Wohl der Menschen unserer Stadt und der Raumschaft dann ein wirklich gutes Angebot der medizinischen Versorgung entstehen wird. Wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne alle Siegerentwürfe im Bürgersaal des Rathaus am Markt bis kommenden Mittwoch noch eins sehen. Wir haben hierfür eine Ausstellung für Sie vorbereitet. Interessieren Sie sich für ein für uns alle wichtiges Vorhaben. Interessieren Sie sich für eine Pause.